Hallo Leute und schön, dass ihr eingeschalten habt. Der Nordpol wandert in Richtung Osten. Das wusste man schon lange, doch jetzt wandert er schneller als erwartet. Der arktische Magnetpol war im Jahr 1830 noch über der kanadischen Arktis. So ist er nun schon fast 2300 Kilometer gewandert und in der Nähe des geografischen Nordpols zu finden. Eigentlich gingen Forscher davon aus, dass er in den nächsten Jahren nur noch langsam vorankommt. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. In den vergangenen Jahren hat sich die Bewegung sogar noch beschleunigt. Der genaue Grund der Anomalie ist noch unklar. Forscher vermuten, die Ursachen liegen im äußeren Erdkern. Dort gibt es eine Art Jetline im flüssigen Metall, der sich dreimal schneller um den Nordpol bewegt als das übliche Metall. Das war's doch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal, um keine Videos zu verpassen. Nächsten Samstag um 18 Uhr gibt's ein neues Video. Bis dann und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017